Wenn du kurz davor bist aufzugeben, erinnere dich, warum du überhaupt angefangen hast. Es wird nicht über Nacht passieren, aber wenn du aufgibst, wird es nie passieren. Die wichtigsten Dinge der Welt wurden geschafft von Menschen, die es weiter versucht haben, wenn es schon vollkommen aussichtslos erschien. Du kannst nicht immer kontrollieren, was dir passiert, aber du kannst immer entscheiden, wie du darauf reagierst. Unsere größte Schwäche liegt darin aufzugeben. Der sicherste Weg, um erfolgreich zu werden, ist es, es immer noch einmal zu versuchen. Der Schmerz, dein Fokus, die Zeit. Irgendwann lohnt es sich. Es ist vollkommen egal, wie langsam du vorankommst, solange du dich immer weiter bewegst. Gib niemals einen Traum auf, wegen der Zeit, die es braucht, um ihn zu erfüllen. Die Zeit vergeht so oder so. Erfolgreiche Menschen bewegen sich immer weiter. Sie machen Fehler, aber sie geben nie auf. Der Schmerz von heute ist der Sieg von morgen. Deine schwersten Zeiten führen oft zu den großartigsten Momenten deines Lebens. Mach weiter. Erfolg bedeutet nicht, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Schwere Situationen formen einen starken Charakter. Wenn ein Kind gehen lernt und dabei 50 Mal hinfällt, wird es niemals sagen, hmm, vielleicht ist das einfach nichts für mich. Hör nie auf zu träumen. Hör nie auf zu glauben. Hör nie auf zu lernen. Und gib niemals auf. Eines Tages wird der ganze Schmerz Sinn für dich machen. Es ist vollkommen egal, wie oft du niedergeschlagen wirst. Das Einzige, was zählt, ist, dass du einmal mehr aufstehst. Mach weiter. Das Beste kommt erst. Bleib stark. Bleib positiv. Und gib niemals auf. Ihr werdet mich vielleicht scheitern sehen, aber ihr werdet niemals sehen, dass ich aufgebe. Es ist unglaublich schwer, eine Person zu besiegen, die nie aufgibt. Es scheint immer unmöglich, bis du es geschafft hast. Kämpfe um das, was dich weiterbringt. Akzeptiere das, was du nicht ändern kannst. Und trenne dich von dem, was dich runterzieht. Deine Träume sind dein Lebenssinn. Gib sie niemals auf. Nichts wird sich mir und meinem Traum in den Weg stellen. Die Rückschläge von heute entwickeln deine Stärke von morgen. Wenn du nicht aufhören kannst, daran zu denken, dann hör auch nie auf, daran zu arbeiten. Mach weiter. Dein Tag wird kommen. Der Weg ist lang, also geh weiter. Manchmal fragt man sich, wie man das alles aushält. Und dann macht man weiter. Renne, wenn du kannst. Renne, wenn du kannst. Gehe, wenn du musst. Krieche, wenn es notwendig ist. Aber gib niemals auf. Verliere niemals die Hoffnung. Jeden Tag geschehen Wunder. Nur weil es andere nicht sehen können, heißt das nicht, dass du aufhören musst, daran zu glauben. Die stärksten Menschen sind nicht die, die immer gewinnen. Es sind diejenigen, die auch weitermachen, wenn sie einmal verloren haben. Lerne, im Regen zu tanzen, statt auf Sonnenschein zu warten. Zu fallen ist weder gefährlich noch eine Schande. Liegen bleiben ist beides. Sei geduldig. Die besten Dinge passieren unerwartet. Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Ich weiß, dass ich am richtigen Weg bin. Denn es hat aufgehört, einfach zu sein. Am Ende wird alles gut werden. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht am Ende. Hör nicht auf, wenn du müde bist. Hör auf, wenn du fertig bist. Wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass ein Flugzeug gegen den Wind abhebt. Hör niemals auf zu kämpfen. Du weißt nicht, ob du morgen siegen würdest, wenn du heute aufgibst. Du weißt nicht, ob du zum nächsten Mal. Du weißt nur gerne noch Angst. Du weißt nicht, ob du heute stark verresenternst.